Mein Name ist Nathalie Aschwanden. Ich fotografiere seit ich klein war. Ich komme eigentlich aus der Modebranche. Ich hatte selbst ein Label. Ich habe mich jetzt umschulen lassen für Fotografin, weil das mein Hobby war. Und mein Hobby ist mein Beruf. Ich habe mit viel Licht und Folien gearbeitet, damit die Beine und die Haare das Make-up gut zu gelten können. Die Teamwork war super. Wir haben uns vorher gar nicht gekannt. Wir haben uns zwei-, dreimal getroffen. Es war total harmonisch. Wir haben uns von Anfang an verstanden. Ich habe es gefunden. Wir haben es als Team super gemacht.